So zusammen, wie man hier erkennen kann, wollte ich heute ein neues Zungenorgel-Cover spielen, aber ich habe mich andauernd verhaspelt und verhaspelt und verspielt und verspielt und ja, dann habe ich mir überlegt, was machst du denn jetzt? Und dann kam ich auf die Idee, mich noch ein letztes Mal bei euch für eure Unterstützung zu bedanken. Also ein fettes Dankeschön vom ganzen Herzen für eure Unterstützung, vor allen Dingen fürs Abonnieren, vor allen Dingen fürs Anschauen meiner Videos, vor allen Dingen fürs Liken, fürs Kommentieren, bla 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 bla. Also wirklich vielen Dank für alles an Unterstützung in diesem Jahr und ich bin so froh, dass dieses Jahr so viel passiert ist auf diesem Kanal, was an Unterstützung gekommen ist und ich kann es einfach noch nicht wirklich fassen. Dieser Kanal hier hat dank euch die 100.000 Aufrufe überschritten. Wir sind jetzt bald bei 108.000 Aufrufe. Das ist echt unglaublich und wir haben auch dieses Jahr die 250 Abonnenten überschritten. Wir sind jetzt bei 282.000. Also es ist der reinste Wahnsinn, was dank euch dieses Jahr auf dem Kanal hier passiert ist und dafür nochmal vom tiefsten Herzen ein fettes, fettes Dankeschön. Macht es gut, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns also morgen mit einem ganz speziellen Video. Macht es gut, ciao.